dp audiobooks präsentiert rache mehr ein nordsee thriller geschrieben von juna christensen gelesen von nora jokoscha wir wünschen viel freude beim hören prolog die nacht des letzten spiels um 0 uhr zwölf buchs wehr mit dem fahrrad auf den engen waldpfad ein der zu der farm führte sie war bis auf die haut durchnässt und ihr handy zeigte vier unbeantwortete anrufe sowie drei sms sie trat stärker in die pedale kämpfte so gegen den nordsee wind und den platzregen an seit einer woche war sommer zumindest wenn man dem kalender glauben durfte nur schien das dieses trostlose örtchen noch nicht mitbekommen zu haben der heulende wind und das strömen des regens übertönten alle anderen geräusche matt spritzte hoch und färbte ihre jeans braun es gab keine straßenlaternen überhaupt keine künstlichen lichtquellen bis auf die flackernde lampe ans wehrs fahrrad die sie davon abhielt gegen den nächsten baum zu fahren eine seltsame lehre hatte sich ins wehr ausgebreitet seit dieser sache anders konnte sie das was passiert war nicht benennen eben diese lehre hatte sie an den deich geführt und grübeln lassen wie es jetzt weitergehen sollte nicht nur mit jeremias auch mit dem spiel dann war ja eine idee gekommen svea hoffte dass es nicht bereits zu spät war sie war so schnell gefahren wie sie konnte aber für den rückweg vom deich hatte sie trotzdem eine gute halbe stunde gebraucht svea nahm eine scharfe kurve und bog auf das weite unbefestigte gelände ein üppige bäume verdeckten die drei kleinen gebäude die einsam und verlassen in der mitte des grundstücks lagen wer nicht wusste dass sie da waren würde sie nicht ohne weiteres finden außer atem sprang svea vom fahrrad die lampe ging aus blind navigierte sie ihr fahrrad durch die dunkelheit in den schuppen der mit altem hausrad vollgestellt war vor dem regengeschütz zog sie ihr handy aus der hosentasche sämtliche anrufe sowie nachrichten waren von reich wo bist du und kommst du noch dann sollen wir ohne dich anfangen von jeremias nichts die erkenntnis versetzte svea einen stich was hatte sie erwartet dass er sie bat zurückzukommen svea zog den kopf ein und rannte die rund fünfzig meter bis zum heruntergekommenen haupthaus durch die schmutzigen fensterscheiben drang ein kaum wahrnehmbarer lichtschimmer nach draußen wahrscheinlich war das feuer im kamin wieder die einzige lichtquelle jeremias hatte kein geld um mehr als das nötigste an strom zu bezahlen svea schlüpfte ins haus der wind erfasste die offene tür gespenstische stille und dunkelheit begrüßten sie hoffnung regte sich an svea schliefen die anderen schon direkt darauf folgte die angst wenn sie schon schliefen hatten sie davor das spiel gespielt sie streifte ihre turnschuhe und die durchweichte jacke ab und durchquerte den langen flur ihre nassen socken hinterließen deutliche spuren auf den alten holzdielen leise stieß sie die tür zum wohnzimmer auf sechs augenpaare richteten sich augenblicklich auf sie vorwurfsvolles schweigen svea stieß den angehaltenen atem aus sie war rechtzeitig gekommen tut mir leid ich habe die zeit vergessen sagte sie jeremias blick lastete am schwersten auf ihr schon drohte sie in seinen wissenden augen zu versinken schnell wandte sie sich ab natürlich er konnte sich denken dass sie log anton der bis eben beuchlings auf dem zerschlissenen braunen ledersofa gelegen hatte richtete sich auf und fuhr sich mit der hand durch das blonde haar neben ihm auf dem boden standen vier leere bierflaschen selbst so mitgenommen sah er mit seinen ebenmäßigen gesichtszügen und den grübchen in der wange aus wie ein boyband sänger auf dem bravo cover wie spät ist es fast halb eins sagte marie luise wie aus der pistole geschossen sie saß allein auf dem anderen sofa in der hand ein glas mit durchsichtiger flüssigkeit vermutlich wasser ihre augen waren wie üblich gen bodengerichtet und der körper leicht nach vorne geneigt so dass ihr das dunkelblonde haar ins gesicht fiel reich der bis vor kurzem sofort den freien platz neben marie luise beansprucht hätte hockte auf einem sessel und warf der jüngsten im raum einen sehnsüchtigen blick zu seine jeans schaffte es wie üblich nicht die langen beine komplett zu bedecken sie endete weit über den knöcheln und gab den blick auf die weißen socken frei geht es dir gut fragte reich an svea gewand ja alles in ordnung log sie kali die im schneidersitz auf dem boden saß bedachte svea mit einem unfreundlichen blick können wir endlich anfangen svea zögerte was haltet ihr davon wenn wir das ganze heute sein lassen sie gähnte demonstrativ ein versuch ihren bedeutungsschweren worten eine gewisse beiläufigkeit zu verleihen jeremias mundwinkel bewegten sich minimal zeigten die andeutung eines spöttischen lächelns geht's noch? fauchte kali der hellblonde ansatz war schon wieder nachgewachsen und wirkte wie eine kahle stelle über dem schwarz gefärbten haar ich finde begann marie luise leise doch rachida unterbrach sie erst kommst du zu spät und dann das wenn du nicht mitmachen willst hättest du einfach wegbleiben können sprachlos starte svea ihre freundin an mit den harmonischen gesichtszügen den üppigen wimpern und ihrem schmollmund war sie auch ungeschminkt eines der hübschesten mädchen des jahrgangs jetzt blickten die großen augen ihr feindselig entgegen svea ahnte den grund für rachidas unmut diese sache die svea ein paar stunden zuvor aus dem haus getrieben hatte doch dieser hass der ihr entgegenschlug brachte sie aus dem gleichgewicht reik fragte rachida mit spitzer stimme ohne den blick von svea abzuwenden ich finde wir sollten es tun so war es schließlich abgemacht sagte reik anton ähm klar nuschelte er vermied jedoch den blick in rachidas richtung seht aus als wärst du überstimmt worden bemerkte jeremias und stand auf wie auf ein kommando erhoben sich auch die anderen bist du dabei oder nicht svea spürte sechs augenpaare auf sich sie stieß den atem aus und nickte ich bin dabei jeremias kühle braune augen musterten sveas am körper klebendes t-shirt und die durchweichte jeans sie wich abermals seinem blick aus und starrte stattdessen auf einen willkürlichen punkt neben seinem dunklen haar ist schon gut nuschelte sie die sachen trocknen von alleine jeremias nickte bringen wir es hinter uns er wandte sich zur kellertür svea folgte ihm sie vergrub ihre zitternden hände in den jeans taschen und betete dass ihre idee funktionierte es hatte bereits der morgen gedämmert als svea in eines der gästezimmer geschlichen war um ein paar stunden schlaf zu finden gerade erst hatte sich diese ersehnte schwere über sie gelegt als etwas ihr bewusstsein aus dem beruhigenden nichts riss zuerst wusste svea nicht was sie geweckt hatte sie drehte sich auf die andere seite und versuchte wieder einzuschlafen da hörte sie es abermals einen schrei schritte polterten an ihrer tür vorbei die treppe hinunter aufgeregte stimmen drangen aus dem wohnzimmer nach oben svea zog sich ihre über nacht getrocknete jeans an und trat auf den flur die türen von jeremias zimmer zu ihrer rechten sowie vom gästezimmer gegenüber in dem kali und reik manchmal übernachteten standen sperrangel weit offen in dem moment rang ein laut nach oben der svea das blut in den adern gefrieren ließ ein schrilles heulen wie von einem sterbenden tier sie rannte nach unten das wohnzimmer war leer bis auf den ursprung des grauenvollen geräuschs racheda stand in der mitte des raums die arme fest um sich geschlungen ihr mund öffnete und schloss sich und stieß wie in einem grotesken rhythmus immer wieder diese klagelaute aus die svea zog das die svea zog ist kein sie Untertitelung des ZDF, 2020